Jo und somit herzlich willkommen im Dinosaurier Simulator. Bevor es damit weitergeht, kurz ins Menü. Ach ja und falls ihr natürlich das Video sehen solltet, ey, lasst auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Supportet richtig das Video, weil ich muss zurück zum Algorithmus. Ich muss da zurück, ansonsten geht es mit meinem YouTube-Kanal bergab. Deswegen, liked alle fett das Video und lasst einen Kommentar da. Please. Aber vorerst, wir müssen etwas eingeben. Promo-Code DS410KLikes 10.000 DNA, let's go. So, ich suche jetzt jemand ganz Besonderen. Genau den will ich. Wie kriege ich den? Wie kriege ich den hier? Den kann ich also nicht. Bekommt den Indominus Rex? Ui, was ist das denn? Der T-Rex ist anscheinend kostenlos. Dann würde ich sagen, den Kollegen nehmen wir auch. Das sieht doch gut aus. Rein da. Ja, hier sind wir nun mit dem T-Rex. Ja, es ist ein T-Rex, aber was ist das denn? Auf zwei mache ich das? Auf drei mache ich das? Ui, die Grafik sieht aber gut aus, ne? Die sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Okay, also. Wir sind ein T-Rex und wir müssen halt überleben. Das blaue sind Fußspunnen? Das ist ein komischer Feine. Okay, wir müssen acht geben. Denn es kann halt sein, dass wir, ne? Wir dürfen nicht sterben und so weiter und so fort. Aber wir müssen ja gucken, wie wir überleben. Und hier unten Emoji. Was kann man denn machen hier? Was ist das denn? Ha! Okay, auf... Okay, auf G gibt es auch noch was. Und zwar das hier. C und G. Ganz komische Knöpfe, um halt zu brüllen. Und R. Interessant. Ach, und ich sehe gerade unten rechts, 47% sind wir noch ein Baby. Sprengen kann er auch. Sehr schön. Er verzieht keine Mine. Aber jetzt will ich doch ganz kurz mal gucken, wie man überlebt und so weiter. Ähm, wie habe ich das denn jetzt eingestellt? Okay. So, jetzt heißt es aber wirklich überleben. Null Tage haben wir bis jetzt überlebt. Passt aber. Was zur Hölle ist das? Region Bonus has been updated. Was? Abzeichen? Hä? Ich habe nichts gemacht. 51 DNA bin ich gekommen. Okay, mal pass auf, wir müssen kurz rein hier. So, Ego-Perspektive. Einen Tag haben wir überlebt. Ist gar nicht so schwer, als T-Rex zu überleben. So, da ist jemand. Ich rieche dich. Angriff! Er weiß nicht, dass ich da bin. Er ist groß. Hi, Gally. Ja, das scheint kein Spiel aus. Hä? Wo ist meine Energie? Ach, das heißt meine Energie? Keine Ahnung, wie das gezählt wird, aber... Ne, warte mal. Wo ist meine Energie? Ach, da oben! Was ist das links denn? Okay, ich sterbe aber nicht. Hi! Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut. Ich hoffe, wir kriegen noch andere Attacken oder so, aber... Ja, den machen wir easy fertig hier. Ich brauche ja ein bisschen Essen hier. Ich habe Hunger. Oben links ist fast down. Komm jetzt, stirb. Du siehst süß aus, aber... Du sahst süß aus. Ja, Kollege, wie legen wir uns hin? Auf Z. Er legt sich dann einfach tot. Aber vorerst... Wir müssen kurz was essen. Okay, time to eat. Ah, guck mal, so schnell geht das. Ja, easy! Wir sind gefährlich. Und wir werden größer und größer. Aber Gali, tut mir leid, ja? Sieht so komisch aus, die Welt. Aber auch so mysteriös. So, da drüben brüllt jemand. Ich will Spieler töten. Oh, ich weiß, wie ich da hochkomme. Was? Ich bin gewachsen? Yo! Ja, das war schon interessanter hier. So lässt es sich leben. Die Frage ist aber... Wie kommen wir da hoch? Hunger! Na super! Ey, eben gerade war es komplett voll, ja? Aber ich habe mein Essen. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Oh, ich lebe. Ey, seine Beine! Was ist denn das? Schaut es euch an! Was ist das? Ich glaube, die sind gebrochen. Oder wir sind Alien. Keine Ahnung. Aber irgendwie schon ein bisschen weird. Hi! Ein kleiner Spino. Warte mal. Was ist das denn? Ja, komm doch her, Junge. Komm, Junge! Warte, was? Das kleine Viech hat mich getötet? Das super, müssen wir noch einmal machen. Wir sind wieder am Baby. Da hinten fliegt etwas. Was? Ein Dino-Schiff? Was ist das? Äh, ich mag das. Hinterher. Ich will die unbedingt sehen. So, was ist das hier? Hi, warte doch! Ah, du kleines Misty. Ja, ja, ja. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Wir müssen aufpassen. Das ist ein Herz da oben mit ne... Irgendwas war da, aber was ist das? Oh, it's a flying Dutchman. Ach, du Heilige. Ah, die Musik ist so böse. Äh... Äh... Oh, yo, yo, yo! Was ist das? Ich misch mich da nicht ein. Macht alles, was ihr wollt. Ich guck einfach nur zu. Ey, ich muss wirklich sagen, irgendwie gefällt mir das. Ja, 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 ja. Ich wollte nur ein bisschen antippen, weißt du? Das ist ein crazy Monster hier. You survived another day? Ja, guck mal, ey. Einen Tag survived, Junge. Ich mag das hier, weil... Äh, äh, weil es wieder was Neues ist, was ich hier sehen kann. Ich mag das. Ah, ja! We are Jesus. Ja, moin. Ist mir jetzt egal, auch wenn ich sterben sollte. Komm. Ach, krass. Es war ja so klar. So, das Gute ist, ich bin jetzt auf einem vollen Server. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir können jetzt große Probleme kriegen. Yo, der Indominus Rex. Ach, du heilige. Es ist wirklich der Indominus Rex. Hi. Ja, ja, mach mal, mach, 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 mach. Der Albino, ey. Ich kann den leider nicht mehr bekommen. Ja, ja, fress die mal. Ich, äh, begib mich auch mal hier. Hier ist ein Krassepfer. Ja, ja, ich begib mich auch halt an die Arbeit, sozusagen. Hi, Krassepfer. Nein, 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 nein. Komm da runter. Das glaub ich nicht. Was ist das da oben? Es kommt drunter. Was zur Hölle ist das? Das sieht crazy aus. Aber guck mal. Ja, 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 ja. Danke fürs Essen hier. Jam, 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 jam. Junge, bleib mal locker. Freundchen, Junge. Sagst du, ich bin der einzig wahre T-Rex. Oh, Mist, das ist ein bisschen strong, ne? Ich hab Hunger, man. Ich kann nichts dafür. Ansonsten sterbe ich. Ich brauche nur was zu essen. Danke. Meine Eier. Ich bin kein T-Rex mehr. Ich bin ein Eierdieb. Ja, super. Toll. Komm doch, Junge. Komm. Oh, Mist. Der Gras ist fast stark. Mist. Ja, wir hauen mal lieber ab, ne? Hä, warte mal. Hey. Och, das kann doch nicht sein, ey. Ja, ohne Hydra. Was? Ah, und Indominus Rex, ey. Sollen sie aber ruhig machen. Los, töte sie. Ich brauche Essen. Töte euch, töte euch, töte euch. Bitte, please. Irgendwie. Ich brauche Essen. Das sind auch keine Eier mehr. Tötet euch. Tötet euch doch. Ich brauche Essen, bitte. Ist mir egal, ich muss da was essen. Alter, das kann nicht sein. Was ist das hier? So. Techno Summer. Drei, zwei, eins. You've unlocked Glass-U-Tir- Hä? Ich habe ein Glass-U-Tyrannosaurus freigeschaltet? Hey! Ich wusste, es funktioniert. Okay, nochmal. Zack. Yo, wie cool ist das denn? Und ey, es ist cool, dass ich ein Glass-U-Tyrannosaurus reigeschaltet habe. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Warte mal, hier ist auch was Kleines. How you're killing causes, but you're being causes. Gut, keine Ahnung. So, den hier müssen wir töten hier. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber es sieht nicht gut aus. Deswegen, weg mit dir. Komm, töte es einfach. Wie viel Energie hat es? Wir geben echt nicht gut ab. Ein Agro-Kanto ist das. Oh, das sieht aber doof aus. Ich glaube, einer von der älteren Variante war. 314 hat er noch. Den kriegen wir tot hier. Den kriegen wir tot. Komm. Welch mit dir? Okay. So, das essen wir jetzt ganz kurz auf und dann gucke ich, wie alles funktioniert. Okay, auf eins oder so. Ah. Okay, okay. Diesmal überleben wir ein bisschen länger. Ja, aber an sich, auch wenn es jetzt Roblox wieder ist, aber an sich sieht das Spiel schön aus, oder? Es hat schon irgendwie was. Es ruhig, ich tu dir nichts, mein Kleiner. Das war der bloß in klein hier jetzt. Der Große hat mich doch getötet mit seinen Eiern. Warte mal, Emojis. Uh. Kein Problem, Kollege. Wir sind Freunde. Boah, was passiert denn da drüben alles? Eieiei, ganz komische Viecher gibt es da. Was ist doch der Scorpius Rex? Es sieht so aus wie einer. Und was das hier sein soll, ja. Ein Shark Rex? Oh, pass auf, Kollege. Ey. Kollege, geh, 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 geh. Sie haben ihn gefressen, glaube ich. Oh, oh. Ich glaube, das Scorpius Rex will mich töten, oder? Oh, der sieht böse aus. Der sieht böse aus. Hey. Ja, was, hey? Ich vertraue dir nicht. Ach, du, kleines Mist, ich, du. Ich vertraue ihm einfach nicht. Hey. Ja, ja. Sag, pass auf, wir gehen in den Wasser rein. Weil, wir dürfen nicht sterben. Ey, wir sind 91 Prozent jetzt. Lass das, mein Freund. Hilfe! Dieses kleine Mist, ne? Ich töte dich jetzt. Ich glaube aber, ich sterbe. Ja, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja, nein! Das kann nicht sein. Ich hätte einfach angreifen sollen. So, aber ich will ihn einmal hochkriegen. Die erste Hürde ist geschafft. Jetzt kommt nur noch die nächste. Aber das schaffe ich schon. Oh, Mann, ey. Dauert das lang. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Drei Tage sind wir schon unterwegs. Aber ich habe es bald. Wir geben nicht auf. Wir werden es diesmal schaffen. Ähm. Kann das sein, dass das Wasser hier steigt? Ich kann hier raus trinken. Oh. Das war vorher mal ein Fluss. Deswegen habe ich es vorher nie gesehen, oder wie? Yo. Hi. Hi, Kleins. Äh, Abi, irgendwas. Äh. Äh, hallo. Ähm. Äh, was passiert hier? Ah, ja. Ich, ich kicke es. Ich kicke es. Es hängt sich an mich dran. Ich kicke es. What the hell? Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber cool. Wie geil ist das denn? Oh, es ist tot. Gut, dann essen wir es doch mal auf. Ah, ich will nochmal. Danke. Ja, schaut mal. Das Wasser, das steigt wirklich. Oh. Ich glaube, ich muss echt weg hier. Äh, äh. Aber ich brauche unbedingt gleich noch was zu essen. Ach ja, und 93 Putz. Wir müssen weg hier. Wir haben gleich ein dickes Problem. Oh, oh. Wir müssen auf jeden Fall schnell rüber. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert, aber... Es ist wie ein Beast of Bermuda. Das ganze Land wird überflutet. Aber da drüben ist mein Untergang. Da ist kein Dino mehr. Ja, komm, Jutti. Komm, dich. Habe ich schon eben gerade getötet. Komm, gib mal auf hier. Zack. Oh. Yo. Yo, ich sehe gut aus. Wir sind 1% adult. Yo. Nice. Ähm, warte mal. Wir brauchen unbedingt jetzt was zu essen. Ich habe den Jutti doch gerade getötet. Also, ich muss sagen, das sind wir. Ich sehe ein bisschen komisch aus mit den Augen, aber... Ja. So soll es doch sein, ey. Also, das sind wir. Die Attacke ist auch anders. Yo, ich finde, wir sehen verdammt cool aus. Ich habe es geschafft. Obwohl das Land komplett untergeht. Ey, wir müssen aber sagen, ich sehe gut aus, oder? Ich kann mich sehen lassen. Yo, Brachio. 2000 noch was. Ey, ey, ey. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay, ich dachte, du wärst ein NPC. Ui, 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 ui. Schiele ich? Ja, es sieht so aus. Oh, no way. Aber irgendwie, ich mag es. Bist du tot? Oh, hier, quitz. Ah. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Wir haben wieder das Problem. Aber ey, die Kicks sind am stärksten. So und nicht anders. Fress ihn auf. Ich bin einfach ein Flummi geworden. Yo, was ist denn das? Der hat sich ja gut entwickelt, sagen wir es mal so. Oha. Ey, ich finde das Spiel cool, ey. Aber wo ist mein Essen jetzt hier? Ist es weggeflogen? Yo. Hey, dich habe ich gesehen. Aber du siehst nicht so cool. Also es geht. Aber das sieht fett aus. Junge, 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 Junge. Hatze. Hatze. Er ist gerade geboren. Hatze. Lass es. Ich versuche, ihm zu helfen, ja? Ich versuche es, weil ich brauche auch Essen. Wie machen die das? Wie machen die das? Dass die rückwärts gehen? Aber dankeschön. Ich esse da einiges jetzt weg. Danke, Quetzel. Ja, warte, du kannst gleich was essen, ja? Warte, warte gleich. Genau. Es ruhig. Es, es. Ich tue dir schon nichts. So, jetzt aber. Es kann mein Untergang sein. Es wird auch mein Untergang sein. Er ist zu groß. Er ist zu groß. Er ist zu stark. Ja, das war es auf jeden Fall vom Dino-Simulator. Wenn es euch natürlich gefallen hat. Und ihr wollt mehr sehen, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Lasst ein Kommi, lasst ein Abo oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.